ich nicht schon mal das fehlt von alleine anbauen können hier immer was man das alleine machen um essen berutsche ich auch halt einfach mal da links passiert mir öfters um laut zu sehen haben wir jetzt hier auch noch eine ähnliche wasserquelle das ist hier nämlich schon mal angenehmer eine seite nämlich nur voll mit weizen geklatscht die andere die eisen sieht zum beispiel hier haben wir iron und hole den industrial hemp seeds da und normale seeds So, ballern wir mal hier durch. Und weiter geht's. So. So. Auch ein Eisener, geil. Du, das ist ein Flint Chicken. Ist mir relativ egal. Das ging ja nicht hoch, ne? Dann ballern wir es hier weiter. Jo. So. 5 Seeds kann man mehr bekommen. 27 wieder, weg. So ein Sonnenteil. Holztum. Komm. Hier rein. Eisen. Sand. Erde. Das sieht doch auch schon mal angenehm aus. Warte mal, ich wollte euch einmal zurückcraften. Ja, Mann. So. Wenn ich jetzt hier später noch irgendwann so mache. Das sieht doch auch gut aus, oder? Das müssen wir jetzt erstmal machen. Wackelz. Offhand. Und rein da. Stop. Lucas, danke. Zwei Skelette. Oh. Und. Kaffeesamen. Okay. Zaphir. Kaffeesamen anpflanzen. Hier ein bisschen Kaffee. Wie siehts. ganz. Hier spielt auch so ein Schungka Wewekin ballern. So gut aussehen. Verkommt aus, dass er jetzt hier ein bisschen. Wer ist jetzt da, aber? So. Komm. Die ganze Scheiße wieder einsammeln. Alter, ist es. Nur am Kacken. Ich glaube, ich werde das Spiel auch wieder so ein Müller-Schmaßball machen. Ah, ne. War nicht los. Da hat man schon einen Schuhkrieg weg hier. Dafür brauchen wir einen Hopper. Ja. Na, ist gut. Ach, da brauche ich keine Trufe. Kostet dasselbe. Ja, okay. Wir brauchen halt noch ein bisschen Eisen. Iron Chicken. Hier jetzt. Okay, noch ein bisschen Kacke. Was noch mal ein bisschen. Wenn die Kacke am dampfen. Wollen wir hier durchballern. So. Was ist denn? Mal wieder eins schonmal. Oh, warte. jetzt kommen wir erstmal hier jetzt kommen die restlichen z es ist hier nicht klappt das ist nur für die bäume gilt ja gut ja scheiße es ist halt einfach es ist natürlich das willst du sagen das ist alles so viel kacken der halt wirklich so ununterbrochen ich werde nämlich und kommen quasi und das wird versichern stellen also ein paar schlepps Nein. Hier kommt dann quasi der Trichter hin. Oder um die gedrehte Treppe noch hin. Da stehen in die Hühner drauf. So. Eure Schicht wird Hapslaps. So sieht es denn halt aus. Weg gibt es ja nicht Hapslaps. Einmal Treppe und einmal Hapslaps. So. Da wird halt später noch hochkommen. Ne leider. Dann könnte ich wieder nicht allein. Wir brauchen halt nur erstmal einen Trichter. Wir brauchen erstmal überhaupt Eisen. Aber ich mache nur zwei Kohle Seeds. Bei Stone Seeds. Natürlich. Hier. Da sind Stone. Und hier ist Kogner. So. Einmal durchgehen hier. Rosenraug. Ah, das ist Kogner. Let's habe ich noch. Also. So. Da kommt denn. Ich habe keine Ahnung. Hier packen wir die Werkbank da rein. Und da spielt noch zur Chicken Breeder hin. Jetzt mal 16 Eier. Ich wollte sagen Eier MG. 100 Auspuff. Ja. Die ist Kacke wieder am dampfen. 25. Und weiter geht es hier. Äh. Weizen. Wächst schön. Anseintür. Ich kann schnell da rein. Alter. Das ist ja striggert so. Mal kurz ruckeln. Ich weiß nicht, was das Internet manchmal für Einbrüche hat. Was machen wir so für eine Sekunde? Einbruch? Und dann geht es wieder. Mal kurz ruckeln. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Oder warum es nicht. 2 Eisen. Hm. 2 Eisen? 2 Eisen? Oh, wir haben es fast. Können wir hier hinten nämlich die schon ausnehmen? Ähm. Klee. Mache ich aus. Ah. Snowball. Lock und Lapis. Stimmt. Da war es wohl. Ah. Den Lapis kristallten so. Hab ich. Warum haben wir so viel? Lapis. Ach. Ach. Akzept. So. Kommt das Iron Ding nochmal hier. So. Mal Weizen. Wart rufen. A Red Stone. Starbrand stmesi. back in the background. So. reOnt sport. Macombreage. Ort und Sand. iliенныеấter sind rohen. Ich habe ja nichts dadurch. Und hier und dein Sprecher. ist gar nicht was los ist ich bin jetzt einfach schon wieder 200 stunden ich bin ich seit 20 ich bin ich jetzt brüte mal hier so ein bisschen heiße hier um mich natürlich nicht daran natürlich warum und die ich habe ich zwei stück hier natürlich heute er ein ganzes gehiegel was damit ihr hier vorne bitte weg vom tor hier danke haben wir gleich genug also auf jeden fall genug aber da war noch was ich auch mir das hat auch nichts gebracht pack's doch mal schneller leise die hühner sind ziemlich nahmarschig was das angeht hier heiße jetzt warum wenn es ein chicken ja hier kommt da auch mal hühner die uns guten dünger geben hallöchen die akade ich habe keine ahnung wie bei der sprüche das markt damit jetzt red schicken bitte okay wenn solche machen kann ich mir leicht nicht merken weil der maus weggespiel natürlichen warum will johann mal gut kommen ähm wie geht's dir alles fit stand äh wir haben mal wo passiert's oh ich hab sogar wollen wir mal hier so tack ich mach erstmal hier so ein zweites nest dann holen wir einen eisenbarn ausgeschissen gefällt mir machen wir das hier mal das ist ähm city beast sky odyssey oh jetzt habe ich aber zwei frei du musst groß werden da haben wir hier haben wir hier ein bisschen scheiße ein kaffee ich hab keine ahnung aber ich hab's ein kaffeeboden essen nicht okay empty cup okay aus kaffeeboden machst du leere tasse da kann ich später kaffeeboden machen okay kaffeeboden witzig von diesen game hungar dingern und vier normalen hunger coin aber was ist denn das äh äh ja ich kenne den trick aber ich hab halt keine wolle ich muss warten bis hier meine campseeds wachsen obwohl warte 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 ich hab noch ich hab noch 7 seeds ich hab noch 7 seeds ich hab noch keine wolle das ist das problem hab ich sogar genau 7 so wenn würde ich es eh nur hier für dir machen warte jetzt bringen wir doch mal hier ein redstone chicken äh auch warte wir im eisen bekommen wir können so trichter machen wir können Hühnerspaßbad bauen ja ich hab sogar 2 dabei perfekt so Zeit für ein Hühnerspaßbad ok wurden wir zwar vorhin so angezeigt aber ok dann machen wir mal jetzt halt altmodisch mit der Truhe so hallo lass mal aus so ja nochmal hoch hier komm ich ran ja so wo sind denn die ganzen eisenhühner moin komm mal mit hier haben wir noch ein eisenhühn sehe ja nichts zwischen den Schildern da ist noch eins up eins haben wir noch eins genau nicht du bist bei 17 du bist bei 16 ok 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 zack dankeschön für den follow zwei eisen chicken so sowas ne oh so habe ich es geleert und ich habe noch mehr äh von den komischen eiern an geht mir doch endlich den scheiß redstone kack hallo wenn ihr das ist das ähm kann ich das erklären das war ich nicht darfst du so raushauen ja ja das ist eine trinkpause aber ich trink was so und dann wird das Hühnerspaßbad gebaut also die Hühnerspaßbad ohne wasser einfach nur ja eigentlich ist es schon gebaut ich bin nur noch die Hühner so jetzt produziert mal bitte eisen für mich danke die wollen das so übrigens da die Holzdinger brauche ich später nicht mehr mit der Slabs schicken habe ich jetzt nicht mehr zum Ding ja so weiter raus da baue ich nicht mehr oh ich kann das erklären so hier muss ich erstmal das platzieren ich kann einfangen aber kann ich es hier auch einsetzen du brauchst nur 3 Minuten das ganze wird später auch noch mit Gold und Dears hier gebaut so wie wir es damals hatten so Leute mach mal schneller du unten hier kriegst nen Apfel hab ich sozusagen nicht platziert ja gut hm ja ich hab hier noch nichts weiter gemacht weil ich nichts hab hm oh so ein Storage Draw äh hier da packe ich den nachher mein ganzes Holz rein kann ich auch so wieder trombone hier oh perfekt aber ich hab kein Holz das ist jetzt nicht so perfekt boah hier ja ein Draw da 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 hin so 249 sag mal hier don't transmit oh mein Gott sag jetzt nicht so so ich scheiß jetzt auf alles ich hab mein Transmitation Table so einmal hier einmal kurz einscannen ich auch einmal einscannen hier einmal alles einscannen holen wir mal ein neues Schwert eine neue Hacke neue Axt ich project eh liebe wenn die Mist drum picken und ne Schaufel dem auch nochmal mit und ein bisschen Sand oh lol kannst du auch da reinpacken jetzt haben wir auch Räubein ja ich bin nicht mehr auf die Kack Farm angewiesen das Rinder das ist auch EMC perfekt Ruhe Ruhe genau oh guck mal hier so war's schön mit dir komm jetzt auch da rein na ein paar Sachen passen natürlich nicht rein da ist leer da ist leer so Pfeile das Ding hat natürlich nichts ich weiß aber noch nicht wofür ich so einen Fuchsbohrer benutzen soll das Ding hat nichts gute Farbe oder das oder was gibt's natürlich wieder nicht hey aber sobald wir einen Eisen haben haben wir jetzt mehr Eisen so oh auch nicht doppel so oh die Hempseeds haben die Hempdinger haben's auch nicht so warte 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 das heißt wir haben jetzt auch String das heißt wir können jetzt auch sogar hier die Teppiche machen String ja hier machen wir mal so zack haben wir einscannen sowolle noch nur einen mach ich aber hier und Freunde danke für das Auskacken danke für das Auskacken das wird jetzt alles verwertet so äh da ein dann naja Lime Die 2 2 1.400 Stück jetzt kannst du auch da einballern ab und wo reinballern machen wir mal aufwend hier ich habe mein Essen weggelegt das wäre jetzt nicht ganz so schlau Hallo wer zuhause ja guten Tag oh ich hab du brauchst jetzt nicht weglaufen ein Zombie-Cop Perfekt ko ein Scan hab ich noch nicht naja ein Zombie-Cop warum wir denn UnEvils was weil wir noch brauchen wir sie nicht können wir auswählen warum 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 es einfach so hier mal kurz einscannen und fertig Evils da hat man 16 mit da habt ihr schon ein bisschen ein Eisen Perfekt so 77 Eisen mhm ist auch noch ein Eisen Redstone Chicken Egg warum kackst du Redstone Chicken Egg aus als Eisen Kühnchen als Eisen Kühnchen für Fragen ich brauche jetzt das heißt ich brauche mal 1 2 3 einmal das hier ich das auch mal ein und nimm mal eins raus oder so natürlich bist du jetzt fertig geworden komm komm mal mit ich schicke dich zu den Heldern was ist wieder los kommen wir wieder ok viel Spaß bei was auch immer und dankeschön fürs vorbeigucken weil wir ja auch da kommen ohne was gibt es zu machen was dort siehts so haben wir hier noch das andere 90 ok warte was gibt Redstone 124 124 ist nicht ganz so viel diese Transmutation Table aha darauf habe ich gewartet mein Leben lang mein Leben in Willenkraft hat wieder einen Sinn hier haben wir noch eins wieder noch so ein 3x3 so so habt ihr hier schon mal wieder ne oh das Ding hier kann weg ich was schön mit dir kannst du hier rein aber warte mal wo fisch das denn hui so zack 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 jetzt muss ich mal aufpflanzen schön ok ok mhm nein mal 22 EMC 22.000 so warte warte doch mal jetzt groß da will ich hier rein ballern ich werde immer zu irgendwelchen hin ok ich werde immer zu irgendwelchen hin ah hier kommen wir dann eins rein machen wir natürlich direkt je mehr äusende Hühner desto besser da wo bist'n du da wo ist'n du wo ist'n das kleine Eisen oh versteckt sie das hier ne ne so Iron Sheet ne da up viel Spaß zu unten ca und du aber das muss groß werden da aufwarten jetzt eigentlich ne Wollen wir hier einen clay chicken machen hier brauchen wir snow hier brauchen wir rock und lapis dich kann ich schon mitnehmen hier noch was da noch was jetzt will eigentlich 28 mc wie lebensjahr naja was übrigens wächst schön alles jetzt haben wir konstrukt an den kohle generator lapis und gold und hier klinge gold und siehne und eisen ein haus da jetzt haben sie mir nur die bude voll geschissen perfekt jetzt wird doch mal groß groß alter natürlich so jetzt habe ich ja noch nicht da wollte ich noch rufen aber drauf werfen spaß ein bisschen die brauchen auch alle unterschiedlich lange das kostet in deinem dicken gold und glas das kostet glas sand und kohle land und kohle Ähm, Chicken Breeder, wo ich da, wo ich ein Seed, okay, dann nehmen wir da, da, dabei und Oak, drei, vier, okay. Auf fünf brauche ich noch hoch, Burn, Perfekt, okay, Seeds, Pump, Rock Chicken, Burn, Kohle, Egal, äh, ich fahre das länger, wieder da, wir kommen zurück, warte, ah, hier, brauche ich mir jetzt andere Kohle-Sense, ach, die sind da dran, äh, da, oder, Seeds, in der Kohle sind sie sieben, braucht neun, ne, acht, zwölf Kohle, neun, 1500 EMC, ja, ist, okay, da war ein Snowball. Oh, erstmal hier, ab ist Chicken, rein da. Äh, Labs, kommt nämlich nicht weg mit. Ich nehme einfach mal zehn Stück mit. Brenn, äh, Brenn die Kacke. So. Einmal da, hier, fünf. Einmal da, ja, hm. Oh, erstmal. Oh. 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 Oh.